Hallo meine Freunde, ich habe euch ja versprochen, dass wir uns in nächster Zeit um ein paar Luxusprobleme an Porsche kümmern. Und zwar heute beschäftigen wir uns mal mit den kaputten Uhren. Ihr wisst ja, das war ein Produktionsfehler, die Displays der Uhren hatten nicht die genötige Temperaturfestigkeit. Viele der Uhren sind mit der Zeit ausgelaufen, das heißt man sieht noch, die Uhr funktioniert im Prinzip. Der Umstelle ändert sich oben noch das Display, aber unten ist es komplett kaputt. Die Uhr selbst kostet bei Porsche ein Vermögen und vor allen Dingen die Displays dort sind auch schon über 20 Jahre alt und laufen auch aus. Aber es gibt frohe Botschaft, seit ein paar Jahren gibt es Reparatursätze für die Uhren. Die könnt ihr zum Beispiel hier bei WPO kaufen. Unten seht ihr die Adresse. Für den Ausbau müssen wir diese Blende entnehmen. Die ist hier, hier, hier und auf den Seiten verschraubt. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal die Blende hier aushebeln und die Rosette hier abnehmen. Anzünder muss natürlich auch raus. Die Rosetten hier sind fürchterlich zerbrechlich. Die müsst ihr ein bisschen im Gegenuhrzeigersinn drehen und dann kann sie raus. Vorsicht, die Dinger brechen sehr, sehr leicht. Da sitzt eine Schraube drunter. Vor, dass wir die Blende abnehmen können, müssen wir die Stöpsel hier rausziehen. So und so. Auch wieder vorsichtig. Die Dinger gibt es gar nicht mehr als Ersatzteil. Die Knöpfe selbst können bleiben. Die Blenden sind fürchterlich brüchig. Die hat hier auch schon einen kleinen Riss. Deswegen ist es sehr sinnvoll, wie bei allen alten Plastikteilen, erstmal eine vernünftige Temperatur bringen. Vor, dass man da hebelt. Hier die Blende von der Seite aushebeln gilt das gleiche, wie bei allen Plastikteilen. Ganz, ganz vorsichtig. So, die Seite ist lose. Ihr braucht auch unbedingt solche Plastikinstrumente für sowas. Aha, jetzt haben wir die Blende lebendhausen. Und hier sind die Schrauben drunter. Bei den Stöpsel müsst ihr auch aufpassen. Die sind auf der Seite vernagt, obwohl der Eingriff da unten ist. Aber wir haben nochmal ganz rausgekriegt. Klasse. Hier sind zwei Schrauben. Die Blende auf der Seite hat hier eine zentrale Schraube. Die machen wir erstmal raus. Kreuzschlitz. Größe 2. Nein, die hab ich schon weg. Jetzt haben wir alle vorbereitenden Arbeiten getan. Jetzt beginnt das eigentliche Schraubenmassaker. Hier, hier, hier und dann reihrum vor. So, die haben alle solche Tellerscheiben. Aufpassen, dass ihr die nicht verliert, weil die fallen von den Schrauben raus. Und eine noch da unten. Dann geht es hier weiter. Nochmal zwei Schrauben. Dann die in der Rosette. Und jetzt noch die zwei. Wenn ihr die noch zusätzlich raus macht, habt ihr mehr Bewegungsfreiheit mit dem Bedienteil der Klimaanlage. So, langsam kommt das Teil hier raus. Jetzt müsst ihr ganz vorsichtig sein. Da haben wir beide Teile zusammen. Jetzt müssen wir das Klimanteil ein bisschen rauslupfen. So, gerade so ein bisschen an den Schaltern ziehen. Das reicht, dass wir hier auf der Seite rauskommen. So, und jetzt könnt ihr die Blende ganz vorsichtig mit allem, was da dranhängt. Das klebt immer ein bisschen an. Ganz, ganz vorsichtig. Und jetzt haben wir das Teil. Das Teil da unten kann man so gut wie nicht rausbekommen. Deswegen mache ich immer folgendes. Ich binde die mit ein bisschen Klebeband zusammen. Dann halten die zwei Teile sich gegenseitig fest. Jetzt müsst ihr erstmal hier die Laschen ausbiegen. Und dann geht der Stecker nach hinten raus. Und wir haben den. Das war der erste. Jetzt kommt der Stecker von der Uhr. Der geht so ab. Und jetzt müssen wir noch den Stecker hier draus machen. Und dann haben wir die Blende weg. Unten an der Uhr sind zwei kleine Kreuzschlitzschräubchen. Die macht ihr dann als nächstes raus. Dann kommt die zweite. Jetzt müsst ihr aufpassen, die Uhr ist oben gerastet. Nun können wir uns der Uhr selbst widmen. Die Zerlegung der Uhr beginnt mit der Abnahme dieses weißen Gehäuses. Das Gehäuse wird von zwei Laschen gehalten. Eine hier und eine auf der anderen Seite. Für die Laschen könnt ihr jeweils den Schraubenzieher hier hinten einbringen. Dann kann man diesmal schon ein Stückchen anheben. Und dann kann man einen anderen kleinen Schraubenzieher drunter heben. Und jetzt haben wir die Lasche außen. So, jetzt kommt die Gegenseite. Wieder einen rein. Ein bisschen anheben. Und dann kann der drunter. Wenn beide drunter sind, gibt es hier so ein paar Laschen. Und dann, aha, habt ihr gemerkt, jetzt kommt es allmählich raus, das Gehäuse. Und dann auf der Gegenseite auch nochmal. Der Rahmen ist rundherum schon mal lose. Jetzt müssen wir hier, da hängt es noch ein bisschen, fahren wir da nochmal drunter, drücken da noch ein bisschen. Und da kommt die Uhr. Die Uhr besteht aus zwei Platinen, die hier an der Schalterseite, da hinten, verlötet sind. Das heißt, ich muss jetzt beide Platinen gleichzeitig ausklipsen und gleichzeitig entnehmen. Hier hinten seht ihr die verlöteten Stifte. Und die Clips sind jetzt hier, 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 hier und die entsprechende Anzahl auf der Gegenseite. Die müssen wir jetzt alle der Reihe nach anheben. Und dann können wir beide Platinenteile entnehmen. So, mit dem Schraubenzieher drunter, da hinten drunter. Und... Jetzt ist er schon drauf. Okay, die Seite kommt. Jetzt geht es mit der Gegenseite weiter. Ist auch drauf. Jetzt fehlt uns nur noch ein einziger. Das ist der. Jetzt fällt das ganze Teil auseinander. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, alle Teile gründlich zu reinigen. Die Tasten reinigen wir natürlich auch. Beim Einsetzen müsst ihr darauf achten, die haben hier eine Schräge und hier unten nicht. Und dann gibt es hier die entsprechenden Formen dazu. Das Gehäuse reinigen wir natürlich auch. Dann können die ganzen Dreckspuren der 25 Jahre mal wieder weg. Seht ihr, die Putzaktion lohnt sich. Den Lichtleiter reinigt am besten mit LCD-Reiniger. Der dient ja nur dazu, das Licht von dem kleinen Birnchen auf das ganze Display zu verteilen. Bei der dünnen Folie müsst ihr jetzt aber ganz vorsichtig sein. In dem Reparaturset sind nun folgende Bauteile. Das neue Display, sehr vorsichtig behandeln. Die Kontaktstreifen für Ansteuerung des Displays, die müssen wir nachher mit diesem Tuch reinigen. Und ein neues Glühbirnchen, weil das ist meistens auch kaputt. Bevor ihr das Display in die Hand nehmt, ist es geschickter. Ihr erdet euch mal. Das Display hat auf der einen Seite eine Kunststoffnase. Und die Nase muss hier rein, wo die Vertiefung im Plastik ist. Das Display setzt ihr hier ein. Silberseite ist auf der Rückseite. Danach kommt die Folie rein. Der Lichtleiter kommt so rein, wenn die Tasten jetzt auf dieser Seite sind, die Nase war hier, kommt das lange Teil des Lichtleiters auf die Gegenseite. Jetzt müssen diese Kontaktleisten, die verbinden die einzelnen Kontakte der Uhr mit dem Display. Die müssen eingesetzt werden, vor dem Einsetzen reinigen muss sie, insbesondere die Stirnseiten. Weil die sind die Leitenden. Die müssen natürlich absolut sauber sein. Das Tuch nimmt ihr auch, um die Kontakte auf der Platine selbst zu reinigen. So, jetzt müsst ihr die Keile hier vorsichtig in die Schlitze am Lichtleiter einfügen. So, dann die Rückseite, die kommt da hinten rein. Zum Abschluss kommt noch die Schutzfolie, oder die weiße Folie rein. Die hat meist schon gewisse Signaturen, wo sie reinpasst. So, wenn jetzt alles richtig drin ist, also die Folie ist wieder an ihrem Platz, über dem Lichtleiter natürlich, die Kontaktstreifen liegen in ihren Gruben. Jetzt können wir die Uhr wieder zusammensetzen. Tasten sind alle richtig drin. Bei den meisten Uhren ist auch das Birnchen kaputt. Bei meiner auch. Das Birnchen wird dadurch gewechselt, indem man es theoretisch um 90 Grad dreht. Müsst ihr da unten ein bisschen gegenhalten. Und das ist relativ müßig bei mir. Wir probieren es mit zärtlicher Gewalt. Und wir haben das Birnchen. Bei dem Lämpchen hat man nun die Wahl. Es gibt jetzt moderne LED-Leuchten. Und es gibt noch klassische Glühlämpchen. Das ist jetzt das klassische Glühlämpchen. Das macht ein relativ trübes Licht. Aber das passt zu den Instrumenten vom 944er. Also das ist oldschool. Das wird meine Wahl sein. Mit der LED-Leuchte sieht es dann aus, wie man im modernen Auto alles hell und grell beleuchtet. Beim Einsetzen die gleiche Nummer. Ein bisschen drücken. Unterstützt die Sache. Und dann um 90 Grad drehen. Und sie strecken. Zusammen gehen die Teile natürlich immer leichter, wie sie auseinander gehen. Das ist eine alte Sache, das wissen wir. Im Prinzip muss man das alles nur vorsichtig jetzt runterklipsen. Vorsichtig beim Einsetzen, wenn ihr die Platinen einsetzt. Die beiden Platinen sind ja hier nicht verbunden. Dann müsst ihr die separat nochmal mit dem Schraubenzieher nach unten drücken mit dem Finger. Jetzt ist die Seite eingerastet. Dann kommt die andere Seite. Die andere Seite. Da oben natürlich auch. Da ist sie drin. Ganz wichtig beim Zusammenschieben ist, dass alle die vier Raschnasen hier wieder sicher im Material sitzen. Aha, die sitzt auch. Und oben natürlich auch. Aber die obere passen automatisch, wenn die unteren passen. Bevor ich die Uhr jetzt wieder an das weiße Plastikgehäuse setze, möchte ich sie erstmal ausprobieren. Dazu benutzen wir meinen guten alten Eigenbautrafo für 12 Volt. Auf der Uhr sind die Pins ganz gut beschriftet. Hier haben wir 30, das ist Dauerplus. Dann kommt 15, das ist Plus von der Zündung. Also die beiden werden wir mit 12 Volt versäumen. Und hier ist 31. 31 ist Masse. Ich benutze solche Hirschmannklemmen. Und dann können wir die entsprechenden Spannungen anschließen. Probieren wir mal den ganzen Spaß aus. Ich gehe mal auf 12 Volt. Aha. Sieht toll aus. Ah, wie haben wir das wieder gemacht? Spitze. Man sieht auch, dass alle Segmente gehen. Also kann die Uhr zurück ins Kunststoffgehäuse. Schalter. Gehen auch alle. Stopperfunktion. Nullstellung. Und wieder zur Uhrzeit zurück. Beim Gehäuse einsetzen könnt ihr nicht viel falsch machen. Ihr seht ja, wo die Pins reinkommen, wo die Lampe reinkommt. Einfach ansetzen. Reinschieben. Und das war's schon. Der Umbau des Displays ist fertig. Jetzt müssen wir die Uhr noch im Auto einbauen. Und dann können wir wieder mit Uhr fahren. Die Uhr setzt ihr jetzt mit den Nasen hier oben wieder ein. Drückt sie so hoch. Und dann kann sie hinten abgesenkt werden. Dann kommen die zwei riesengroßen Schrauben wieder rein. Und dann kann sie vorwärts reingeschraubt werden. Und das zweite Schraubchen auf der anderen Seite immer ein bisschen rückwärts, um das Gewinde zu suchen. Und dann vorsichtig anziehen. Das gleiche Anzugsmoment über eine Zylinderkopfmutter. Bei der Montage der Blende haben wir nun folgendes Problem, dass dieser Schlauch von hinten auf die Blende gesteckt werden soll. Das ist so eine typische Porsche-Konstruktion, der Schlauch. Der geht von hinten an die Rosette. Dort wird mit einem kleinen Lüfter Innenraum Luft zum Messen angesaugt. Es gibt zwar Spezialisten, die schaffen das irgendwie, die Blende mit dem Fadentrick da zu montieren. Ich mache lieber das Handschuhfach raus, dann kommt man besser bei. Die Klappe des Handschuhfachs hat unten drei Kreuzschlitzschrauben. Die mittlere, jetzt kommt die dritte. Dann fällt die Klappe raus, hier oben raus. Und jetzt geht sie so in einer solchen Bewegung raus. Das Handschuhfach selbst hat hier jede Menge kleine Schräubchen. Eine. Die zweite ist hier. Hier in der Mitte ist auch nur ein Schräubchen. Kann auch weg. Hier ist auch noch eine. Symmetrisch auf der anderen Seite. Hier noch eine. Das Lämpchen für das Handschuhfach hat hier hinten einen Eingriff. Dort müsst ihr mit dem Schraubenzieher rein, um das auszuraschen. Habt ihr gesehen? Und wir haben das ganze Lämpchen. Jetzt könnt ihr die Stecker abziehen. Der ist isoliert. Aber wer Angst hat, kann auch die Batterie abziehen. Wenn so eine AMP-Zunge mal streikt, dann geht er keinenfalls hin und reißt hinten am Kabel. Sondern wackelt die schön langsam mit zwei Zangen ab. Und irgendwann geht das Mischding dann auch runter. Das Handschuhfach selber müsst ihr jetzt hier oben ein bisschen runterdrücken. Die zwei Kabel hier rausführen. Und dann kommt es aus der Führung. Die Stecker wieder einzeln drauf. Fangen wir mal mit dem Warnblinker an. Und drauf ist er. Dann kommt der Stecker der Uhr. Dann kommen die Stecker vom Zigarettenanzünder. So, jetzt könnt ihr das wieder ein bisschen rauslupfen. Und jetzt könnt ihr langsam hier drunter gehen. Halt das mal weiter raus. Wenn das Teil mal hier drunter ist, können wir uns jetzt der anderen Seite widmen. Jetzt können die ganzen Scotch-Tapes da wieder zur Sicherheit dran waren, weg. Jetzt ist ganz wichtig, wenn ihr die Düse einsetzt. Hier ist ein Hebel für die Verstellung. Und der muss hier rein, sonst funktioniert nachher nichts. Vor, dass wir den rein machen, fetten wir auch das Ganze nochmal mit ein bisschen Optimol ab. Das heißt, hier kommt ein bisschen Optimol drauf. Hier aufs Gelenk. Und hier aufs Gelenk. So, und dann müsst ihr das so einführen, dass die Düse da hinten reinrutscht. Mit der Mitte ein bisschen anklipsen. Jetzt fangen wir langsam an, die sieben Schrauben da wieder reinzudrehen. Erstmal alle nur lose, dass wir das auch ausrichten können wegen den Abständen. Dann die Schrauben unter der Rosette. Dann die Schrauben unter der Rosette. Wenn alle fest sind, anziehen. Hier nur ganz moderat. Sonst schreißt das Zeug noch weiter aus, wie es schon ausgerissen ist. Das hält alles. So, dann kommt das Dreieck hier noch rein. Passt. Und es hat ein einziges Schräubchen. Da war sicherlich der übliche Porsche-Ingenieur krank. Sonst hätte er sieben Schräubchen. Wenn das meist mal stimmt, dann könnt ihr die restlichen Schrauben hier auch anziehen. So, jetzt kommt die Nummer mit dem Schlauch. Den kann man jetzt wunderbar hier von hinten aufstecken. Zur Sicherheit mache ich immer so einen kleinen Kabelbinder drum. Das heißt, wir stecken den jetzt auf. Lose. Dann kommt der Schlauch von hinten auf die Rosette geschoben. Schön angedrückt. Bis ziemlich vorn. So reine Gefühlssache. Und dann wird er gerade ein bisschen angezogen. Und dann ist der Schlauch gesichert. Dann fällt er auch auf dem Nürburgring nicht runter. Kabelbinder schneiden wir noch ab. Und der Schlauch sitzt wieder wie am ersten Tag. Beim Einführen des Handschuhfachs müsst ihr jetzt darauf achten, dass das hinten in diese Führung einfährt. Das Handschuhfach führt ihr jetzt vorsichtig ein. Dann müsst ihr darauf achten, dass die Kabel da auch reinkommen. Dass es da hinten drin sitzt. Und dann wird es nur so ein bisschen angedrückt. Und dann ist es schon gut. Jetzt muss die Gummiliebe da sauber unter die Blende. Kleber versaut. Als nächstes kommt die Lampe wieder drauf. Hier die Masse. Hier die 12 Volt. Jetzt müssen erstmal die Haken rein. Also nach hinten. Dann vorn rein. Und dann hinten hochdrücken. In der Mitte mit einem kleinen Schräubchen. Das machen wir mal die erste. Jetzt rein rum. Hier weiter. So, dann die Schrauben seitlich hier. Dann die hier an den Seiten. Dann die noch. Und ihr wisst ja, wenn die letzte drin ist, könnt ihr auch gleich beginnen, die anzuziehen. Die hier an den Seiten. Und die letzte auch noch. Die Klappe müsst ihr in die Schlitze einführen. Hier haben wir jetzt noch die großen metrischen Schrauben rein. Dann noch die auf der linken Seite. Und das Handschuhfach geht wieder einwandfrei. So, jetzt kommt die Blende wieder rein. Aber reit geht das Zeug ja immer einfacher wie raus. Oh, da ist ja Schieberegel außerhalb vom Bereich. Seht ihr? Da müsst ihr immer aufpassen, dass die auch richtig... Dann schön flächig andrücken, dass die Dinger nicht brechen. Dann kommt der Düsenschalter wieder drauf. Der geht nach oben. Und der ist für unten. Deswegen geht da der Pfeil nach unten. So funktioniert das wieder. So funktioniert das. Einwandfrei. Zigarettenanzünder. Ander hier. Der kommt auch wieder rein. Hier raucht zwar niemand, aber damit es original aussieht. Die Rosette. Und die hat hier wieder Haken. Die müsst ihr hier ansetzen. Und dann wird sie um 90 Grad gedreht. Macht am besten auch wieder mit so einem Plastikwerkzeug. Oder mit zwei ansetzen. Und einer oben dagegen. Sonst brechen die Dinger gleich. Und jetzt ist sie drin. Sehr schön. Auf die Dinger hier macht ihr am besten auch ein bisschen von der Optimalpaste. Weil die brechen verdammt gerne. Dann sitzt ihr eine Seite rein. Und auf der anderen Seite hilft ihr ein bisschen mit dem Schraubenzieher oder mit dem Plastikwerkzeug nach. Und dann ist er wieder drin. Wie haben wir das mal wieder hinbekommen? Schaut mal, wie schön die Uhr läuft. Klasse, gell? Für all diejenigen, denen die Arbeiten an der Uhr selbst etwas zu kompliziert erscheinen, habe ich noch eine gute Nachricht. Zum Beispiel bei WPO kann man die Uhr auch einschicken. Sie wird dann dort repariert. Und man baut sie nachher nur wieder selbst ein. Also, tschüss. Bis zum nächsten Film. Bis zum nächsten Film.